Leute und willkommen wieder zum Schatzsipp Nummer 9 in der Wildturmödenis So, ich beende meine Reise, ich habe etwas über einen Käfer begraben, der nicht fliegt, in den westlichen Wasserfall Werke ich? Denke mal, ich habe den schon markiert, ihr habt eben den Wasserfall Er ist nämlich hier hinten, ich würde mal sagen, entweder hier oder hier, aber ich denke mal, da ist er Also, reisen wir zu eins Und gucken mal, was da los ist Ich bin wieder falsch drin Einzigste Wasser, was hier in der Wildturmöden ist rumläuft Sonst haben wir Schlamm Welche Schätze, naja, das ist ja schon mal schön Und Feuer, Wasserfalle, naja, hier haben wir Und natürlich das Neue Also, mein Neuen mit so einem Schild Gelacht ist nicht mehr Ich denke mal hier hinten Schauen wir mal da hin Oh, schön Ich habe einen Pilz bedeckt Ich habe einen Pilz bedeckten Baum Ich habe ihn gefunden Mutter Katze Im Wasser Und war es das? Na, ein Steinkopf ist ergriffen, mein Freund Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden, ich habe ihn mit diesen Schild Und den Stumm Ich habe ihn mit den Schild Ich habe ihn mit den Schild Ich habe ihn mit den Stumm um auch hier hier Wo denn? Wo denn? Um hier. Bei den Pädelchen. Na ja, warum war ich so weit weg? Von dem anderen. Na ja. Wo denn? Na ja. Dann sind wir hier. Juhu. Bis zum nächsten Mal.